auf dem markt und überstrich zocker super super smash bros für nintendo 3 der leider nicht mehr ein bro ist halt jetzt weg und im prinzip von super smash man muss sich verkloppen in zimmer auf fliegen auf so ja und da muss man sich ja drauf schlafen ja und jetzt hatten wir bis wir ein online es gibt smash einfach so kommen computer gegen spieler und alles und jetzt kommen jetzt mal zu online und unsere stimme klingt doch komisch das habt ihr auch gemerkt das liegt daran weil es halt auf 3d es gibt schon viele version von super smash bros ja und dann hat noch für den 3ds findet er die 460 ja und 3ds liebe gegen also es gibt geplänkel der macht mit items und hat der fahrt und hat der fahrt also hat der fahrt wollen muss es wollen machen machen wir eins gegen eins ich hoffe es geht jetzt heute da steht es helfer trophäen elettmann ich weiß ich gehe da aber ist doch ja okay also ich nehme lieber ich nehme meine liga so es gibt pc 2 3 4 50 figuren die meisten sind schon aus der weiteren teilen da wir haben alle figuren freigeschaltet ja es gibt maximal zwei fünf figuren und ich bin natürlich tun link wieso weil ich der beste damit bin ich will natürlich shadow tun die ist der beste ja ich seht unten 20 uhr und da unten steht auch fast perverser strich day ja und das ist 20 uhr ja das ist bei mir falsch was ist das ganze das ist falsch jetzt kommt es nur noch das war es wird ganz hart aber sehr übeld wartet wartet seine internet zippelung erschossen weil ich so meine nein seine habe ich seine jetzt nicht oder hier mein bogen jetzt letzten nein steckt oder was das bei mal da Der hat mir schon 18% abgezahlt. Oh, der Bastard. Hä, hast du ein Problem? Alter. Warte, ich rieb's nicht, was? Nein. Alter, so ein... Spam doch nicht. Wieso sollte ich? Oh, jetzt setzt es wieder. Oh, jetzt habe ich meinen Falschen verschossen. Oh, scheiße, ist schon schwierig, so mit Lex. Oh, guck mal, ist voll schwierig mit Lex. Ja, ja, das ist schon. Hier! Nein! Also, wenn ich verliere, ist ja nicht so schlimm. Ich bin sowieso... Ja, er hat mich gerettet! Nein, rett mich doch, Mama! Warte, jetzt schleichen. Was zeigt einfach nur bei mir? Oh, Mann. Jetzt komm. Du bist so ein Fettsack-Boser. Oder Havix. 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 Ja, der ist Havix. Nein, der ist Ravix. Jetzt kommt mega lag. Wahrscheinlich stützt die Interverbindung ab. Nein! Ich probiere jetzt in der Kamera mal in die Kamera zu schauen. Ja, ich springe doch gleich in den Tod, Alter. Okay, ich kann es doch nicht spielen. Na? Hier, Bombe! Drei, zwei, eins. Hä? Nein, das ist ja. Hä, ich dachte gerade... Hä, Alter! Der Fettsack soll rausfliegen! Wieso konnte der jetzt ausweichen, oder was? Jetzt, Alter, flieg raus! Ja, hier, deine Fresse! Meine Fresse, Alter! Oh, 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 oh! Der nervt nur! Wahrscheinlich werde ich schon den ersten Kampf... Was für ein Stages sind das hier? Eigentlich Pokémon. Auf jeden Fall, Heart of Heart ist schon schwierig. Auch wenn ich gerade der richtige Noob bin in Smash. Also, wir können auch mit euch eigentlich zocken, oder? Es ist Leitstand jetzt. Mit der Community können wir eigentlich auch zocken. Ja, Freude, Scout in die Kommentare, oder? Ja. Oder an die E-Mail. Freude auch E-Mail. Ja, also einfach Frontscroaching, dann zocken wir mal vielleicht so eine Runde mit euch. Oder vielleicht auch gar nicht. Also, wir werden da nicht mit allen zocken. Ja, wir werden mit niemandem zocken. Wir wollen einfach so sagen, ja, wir werden ja uns... Wir wollen ja stocken, weiß ich. Ja, ja, ja. Ha! Da kann man ja schon stocken, das steht dann immer spät im Moment, bla bla bla. Ha, mein Bogen. Das ist ja schon eine Stunde, Alter. Das ist ja voll komisch. Jetzt! Nein, das wird so riskant für mich. Das wird so riskant für mich. Was ist das Problem, Alter? Das Fetzlar kann ich rauslegen. Jetzt wird's eigentlich spannend. Schafft Menge. Ha, ich hab ihn gekillt. Schafft. Hau wichs ist. Sack. Hau wichs. Ja. Der ist... Du, Nick. Und deswegen kacken wir jetzt auch. Bis gleich. Bis zum nächsten Kau. Hallo, er ist Little Mac. Ist so ein Boxer. Ja, wie ficken wir jetzt? So. Ich spiel jetzt mit der Figo zum zweiten Mal oder so. Ja, so. Drei, eins. Hä? Problem. Schieß doch nicht so scheiße auf mich, du nur. Du hast doch... Der muss schon richtig spielen. Ha, ha, ha. Jetzt kann ich auch sparen, ey. Wer? Zahri. Zahri. Oh, scheiße. Bastard, Alter. Oh, der Bastard. Ganz ehrlich. Der nervt einen. Guck mal, was... Okay, das ist jetzt kein Spamer. Doch, die scheiß Wintertacke sparen. Der übelst. Aber der ist schon ein Pro. Oh. Schon mich... Oh, ein K.O. Soll man sagt mal, ein K.O. Ja, das ist nur, weil du merkst, dann hat er so eine OP-Attack gemacht. So richtig stark. Das kickt dann den Gegner, egal, wie ich... Wie, ähm... Oh, wie cool gemacht. Das ist episch. Halt nach sein. Guck mal, der ist jetzt ein richtiger Pro. Wie ihr seht, hingegen zu mir. Weil ich die... Also ich bin... Ich spiel wahrscheinlich auch nicht so... Und der... Die Person, die er gerade spielt. Oh, Mann. Scheiße hat er mich. Okay, die Runde geht's ganz schnell. Also unsere Stimmen wird ab sofort jetzt immer so komisch klingeln. Also die Runde ist ja vorbei in einer Minute. Hä? Die Runde ist vorbei. Du bist tot. Recht guter Gegner. Muss mal zugeben. Juck, Juck, du bist einfach nur scheiß schlecht. Ach, ne. Ich spiel mit Lillbergs echt schlecht. One on one. Egal, ich spiel wieder mit... Ich spiel mal mit dem zum Spielen... Palutena. Uff. Palutena. Wir werden auch jede Figur durchgehen in den laufenden Parts, alles andere und so weiter. Ich würde das mal jetzt... Ich sie sagen, sie hat... Was stand da unten? Sie stand gerade beginnend, glaube ich, aber... Sie hat schon gut... Sie sieht schon gut aus, Nadja. Sieht so hässlich aus. Die mit ihren... Die mit ihren... Die mit ihren grünen... Mit ihren grünen Haaren. Ich hasse... Nein, ihr schüttet sich auch jetzt. Ja, der gleiche... Ja, ich habe eine Nachricht. Egal. Das soll die halt hören. Oh, jetzt hast du ihn. Nein, falsche Riechung. Ja, es ist mein Dreiechung, deswegen heißt es mehr jetzt auch momentan. Geil. Geil? Ja. Alter, pack mich doch nicht. Nee, du fachst es wieder nicht. Weil das ist der Kitzelgeber gegenüber. Nein. Oh, das ist der der Kitzelgeber... Oh, ja, natürlich nicht. Das wüsste ich jetzt nicht. Egal. Nee, vor uns. Der rastet hier eine Kitzelgeber. Das ist korrekt wieder. Guck, der hat eine gute Verbindung, deswegen lögst es nicht. Verbruchte... Ui! Tot. Boom! Das ist tot. Ey, verschmutzt hier nicht meinen Namen mit du, ähm... Mit verlieren. Wenn ein Japaner kommt, dann siehst du, was Verlierer ist, Alter. Spiel doch selber. Ja. Das wäre zu langweilig, weil ich immer gewinne. Voll im Du, gell? Ja, natürlich. Nein, was er ist jetzt? Boah, jetzt zieht... Also, bis zum nächsten Veratmet. Mit dem Triff war's. Aber nach dem Kampf kommen wir kurz wieder, okay? Warum? Mal. Bäm! Jetzt siehst du, jetzt gehe ich ja weiter. Jetzt bin ich weh, hoffe ich. Scheiße, jetzt warte ich vorhin, ne? Oh, du bist tot. Oh. Nein, die Figur ist schon... Die Figur ist langsam. Ich kann mit langsamen Figuren nicht so gut umgehen. Boom, du bist tot. Nein. Willst du rein, du hast verloren. Ich will dir noch 1% abschocken, wenn du jetzt bist. Jetzt noch 1%? Das ist mir schon so blöd, wie der... Alter, was kommt mir hier vor? Ähm, Dings. Echt? Ja, ähm, Dings. Ich guck jetzt auch nicht da rein, weil... Ich will gerade auf der Aufnahme sehen. Ich werde dann noch mal richtig... Okay, ich bin raus. Cut! Hallo, eine neue Figur! Daria! Nein, 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 nein. Wir können auch die Swipe spielen, aber ich bin lieber der Junge. Und wir spielen gegen Hemi. Dieses Mal. Ein anderer Gegner. Hemi, Bemi. Der Part ist doch schon bald endetlang. In der nächsten Runde zeigen wir auch einen anderen Modus bei Online, oder? Nein, dann sieht es in den nächsten Part. Ja. Guck mal. Okay, so ist mein Handy. Es ist ausgegangen. Und wir prüzen. Oh mein Gott! König, ihr ne? Es ist ein Lube, muss es nicht sein. Ja, ihr könnt euch eins sagen, was da runtersprungen. Ich weiß. So gut. Okay, es ist aber ein Lube. Merkt man jetzt schon. Wieso? Ja, das merkt man doch schon. Der kann nichts mit Königlideln. Der probiert die Figur jetzt zum ersten Mal. Ich weiß nicht, warum er zum zweiten Mal hat. Der hat zum zweiten Mal, aber der kann es halt nicht mit, der kann halt nicht umgehen. Guck. Oder der hat halt einen Pro. Okay, jetzt geht der ab. Jetzt geht der Wasser ab. Oder es lebt. Ja, es kann doch wenig nichts sein. Jetzt ist es sogar, wenn du stirbst. Oh. Nee, ich doch nicht. Nein, der Bastard wirft die ganze Zeit. Diese Scheiße. Du bist doch mal nicht diese Scheiße, Alter. Willst du was sehen? Ich glaube, die Attacke... Hey, bleib mal stehen. Hier, Alter! Die Attacke kotzt mich jetzt schon an. Hä? Guck ich dann aus, Bämmer, ja. Sonst... Bämmer. Zack. Sackle die Klack. Nun, das ist so... Ja, jetzt habe ich es auch so zurückgeschlossen. Ich kenne es. Wenn du fertig bist, damit du fertig bist, ist es zu verlieren. Dann beenden wir auf diesem Part. Ja, der Bämmer kann sich verpissen. Ich spiele so nicht mit ihm. Ja, ich spiele jetzt nicht mehr mit ihm. Jetzt... Jetzt mach diesen kleinen Penner fertig. Was ist jetzt, was ich mache jetzt, Alter? Fabian? Nein, der Bastard spendet seine Scheiß-Wuff-Attacke. Der Bastard... Schon wieder. Was geht bei dem falsch, Alter? Und da ist er noch so ein Fettsack, weil... Der nicht ganz schlecht wegfliegt. Das hat er fertig, Alter. Oh, mein Schwert. Wieso, älterlich? Ja, der Spel... Siehst du es nicht, eigentlich? Ich bin doch einfach auf. Guck, da wirst du schon in der Luft. Was ist das für ein Idiot? Jetzt, Alter. Jetzt fick mal raus. Ich bin doch einfach auf. Ich bin doch einfach auf. Guck, da wirst du schon in der Luft. Was ist das für ein Idiot? Was ist das für ein Idiot? Was ist das für ein Idiot? Ich bin echt nur in die gleiche Attacke. Das ist immer noch nicht tot. Ja. Ach, jetzt hier. Zack. Sofort aufladen, Alter. Das kommt bei mir in die wahre Macht, Alter. Auch wenn ich ganz viel Potenzial habe. Zack. Jetzt habe ich mich sogar geregt, Alter. Jetzt ist doch mal, dass ich mich heile, hä? Hier. Zack. Halt dich einfach die ganze Zeit. Nein, das war ein Spam. Ich bin nicht so einer. Wieso? Ich bin zu nicht so froh. Aber ey, das habt ihr jetzt gesehen. Hemi ist ein fetter Spammer. Hemi, wenn du das siehst, dann spam ich mit deinen scheiß Verdammtenkugeln. Man nervt der König, die Idee an die Fresse. Also, bis zum nächsten Mal du noch Fehler, wenn es euch gefallen hat, positiv werden und abonnieren, wenn nicht, dann nicht. Und bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.